hallo willkommen zu einer neuen aufnahmesession von the last of us wir sind gerade den hunter entkommen und machen jetzt weiter raum sieht das ja auch nicht sehr gut aus also viele munition haben wir nicht ich hoffe ich finde jetzt was daher ja ist mir egal ich habe wieder ein bisschen munition gott sei dank aus mona nee das wäre monat of cocktails gewesen tabletten wie viel haben wir denn zehn wahnsinn dann gucken wir uns als nächstes wegkohle oder aufrüstet gesagt und trainingsbuch für medikit lesen in trainings büchern macht jetzt medikit besser wahnsinn sind wir pfeile ist mir wichtiger als irgendwas aufzurüsten kann schon was aufrüsten hinterhalt karte eine karte der hunter hinterhaltspunkte punkte so muss noch mal auf ins geht platz 72 wir können also ein bisschen aufrüsten was denn ich glaube nachleitetempo ist bei vielen wichtig oder mit diesem wieso schon bisher einmal aufgerüstet ja dann ist immer da wo ein bisschen wenig aufzurüsten ist dann verbrauch weniger punkte magazin kapazität sehr sehr wichtig zielreichweite zielgeschwindigkeit nicht so wichtig schussfolge magazin ich weiß nicht wie von munition ich habe aber schussfolge ist wichtiger so habe ich nix mehr sieben teile wahnsinn alles so ein bisschen auf ausgebaut das ist doch ganz gut mal nachladen so zwei schüsse kann schneller schießen mit der gewehr sehr sehr wichtig blendet schlicht eigentlich anders ich vergesse ab und zu mal dass ich doch suchen soll irgendwie soll ist ja was anderes rennt schon mal vor kein thema langsam wart auf mich ich bin hier wie wäre es wenn ich vorgehe und da nicht so laut alles klar so ich darf aber laut genug sein oder okay jetzt geht es hier runter ich glaube ich hole mal die zwei feine die ich habe weil falls gegner kommen kann ich ihn leise töten teile ganz viele teile naja so viel ist es ja auch nicht aber wahnsinn noch was womit du mich wahnsinnig machst hat schnell gelernt okay pfeifen ist jetzt nicht so schwer also ein comic jetzt noch einer von diesen comics die du immer ließ ja wir haben nur kein auto mehr so terminierung schock heißt dieser comic also nicht direkt ja comic sondern die folge des comics oh schön wieso gehe ich ihm auf den revolver staub moment 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 jetzt ist halt so da kann man leider nichts dran ändern was haben wir eine flasche ich habe einen stein reicht mir hier war doch irgendwas noch so viel ich mich jetzt noch erinnern kann zumindestens ist ja schon was her dass ich jetzt hier jetzt gewesen bin also wirklich eigentlich nach bill war meistens schluss ein schuss da kommen welche das wusste ich doch irgendwie noch wenn sie nachkommen sind sie mit pfeil weg ich glaube dass ich hier nicht werde wo ich jetzt stehe ich hoffe es nicht aber wenn ja könnte ruhig weitergehen wenn nämlich damit nur last da ist einer nicht ich habe irgendwie rot und die sehen mich hier geht weiter an ja elli wenn es sich jetzt vier die kann kommen Oh, das will ich gerne sehen. Ich auch, dass ihr endlich weg seid. Es waren doch vier Leute, oder waren das nur drei? Wo ist der letzte Typ hin? Gut, dass sie sowas nicht hören. So, sie sind weg. Ich glaube, trotzdem mal meine Hocke, sicherheitshalber. Einfach mal, falls sie irgendwie zurückkommen. Okay. Das ist vorher was anderes gesagt. Sieht so aus. Jetzt sind ich auch einmal schmusser schwunden, das ist auch nicht schlecht. Ich vermute, dass ich jetzt schon wieder was übersehe, gerade. Das hört sich an wie so ein Klicker. So ein junger Klicker. Also habe ich besser genug? Ah, ich habe drei Stück. Und nicht ganz, aber Moment. Aber das war doch schön gesagt, ich will das nicht benutzen. Aber egal. Ist das jetzt so? Kann man nichts mehr daran ändern. Ich werde es auch jetzt nicht abstellen, deswegen. Weil man sieht, ich habe schon genug Probleme. Zu wenig Munition und das und dies und das. Oh, schlau. Da wäre ich jetzt nie drauf gekommen. Wenn die daherkommen, dann gehen wir auch daher, also. Okay. Was denn? Da stand nur irgendwas mit Stimmung. Gott. Boah, war das eine super Stimmung. Hoffen wir mal. Okay, irgendwann werde ich es schaffen. Oder wir, mehr gesagt. Wow, wie seltsam. Ein Kontrollpunkt ohne Soldaten. So sehen die meisten Zonen aus. Der Ort wurde schon vor langer Zeit verlassen. Warum? Entweder weil zu viele Hunter waren oder... ...weil zu viele... ...gestorben sind. Warum wurde kein Essen verteilt? Manchmal gab es nichts mehr. Meistens behielten sie es selbst. In Boston war das nie so. Glauben, es passierte dauernd. Oh, Papier. Hügel verloren. Notiz. Ui. Wir haben Torehill an den übelsten Gesindel verloren. Dass sie eine Waffe in der Hand hatte. Aber die Schweine sind schlau. Sie haben einen unserer Granatwerfer gestohlen. Wir hatten keine Chance. Zusammen mit dem Strip-District genommen, kontrollieren sie jetzt den ganzen Fluss. Für den schwierigen Rückzug ist fast nur noch die Hälfte unseres Trupps übrig. Ich bete zu Gott, dass Jeremy und Pam noch leben. Sind auf der anderen Seite des Flusses stecken geblieben. Oh, das ist natürlich... ...scheiße. Haben sich vielleicht schon angeschlossen sogar noch. Das wissen wir leider nicht. Wenn jetzt irgendwie es kommt, Oh nein, Jeremy. Dann wissen wir, dass sie sich den Huntern angeschlossen haben. Okay. Funktioniert sogar noch. Hunter klingt auch irgendwie so... ...komisch. Noch leise, solange wir noch hier sind. Okay. So. Dankeschön. Was denn? Oh, danke, danke, danke. Das finde ich cool. Dass wenn man wirklich nichts hat, dass die einem was geben. Nur woher hat die das auf einmal? Könntest du viel früher geben. Ah, der eine sieht mich. Wenn ich den jetzt abschießen will. Finde ich über Ellie? Oh, der kommt. Oh, der kommt. Oh, 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 oh. Hui. Mist. Was denn? Hat niemand bemerkt? Und den Pfeiler kann ich sogar noch benutzen. Oh, ist noch einer. Ah, so weit kann ich leider nicht zielen. Da ist er. Oh, er kommt drüber. Das kriege ich auch noch heimlich. Hier muss man viel mehr heimlich angriffen als bei Uncharted. Oder bei Just Ghost. Das hat nicht ganz so funktioniert. Auch wenn ich es immer mal versucht habe. Schlaf schön. Oh, Mann. Was denn? Man kann auf jeden Fall viele von denen ausschalten. Ui. Ruhig. Schön getroffen. Und das Problem ist jetzt nur, der Fall ist kaputt. Oder? Ich glaube nur, der hat den Stock weggeworfen. Oh, das ist aber ein Pfeil. Geil, ich kann ihn immer noch benutzen. Da habe ich jetzt nicht erwartet. So, jetzt geht es hier rein. Das könnte interessant werden. Gucken, ob ich es mal schaffe, nicht entdeckt zu werden. Habe ich dann meistens nicht geschafft. Von daher, probieren wir es jetzt mal. Oh, diese scheiß Flaschen. Die Linie flaschen. Neuer Anführer. Der gleiche Scheiß. Naja, er sagt, jetzt wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht, vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren, Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Ach, wer weiß, vielleicht läuft es anders. Freu dich nicht zu früh darauf, Kleiner. So lebst du länger. Okay, und dann drei. Okay. Ach, Mann. Ich hätte doch lieber die Zielgeschwindigkeit erhöhen müssen. Wie laufen die denn? Moment. Oh. Das ist schlecht. Getroffen. Glück gehabt. Richtig Fall wieder. Okay, ich benutze mal öfter jetzt den Schleichmodus wieder. Ist auch schwer, ein bisschen ratsam manchmal. Der läuft da. Ah, was ist das für die Pfeile? Entweder drehe ich auf einmal gut oder uh, durch den Bauch. Und ich habe einfach mal eine Menge Glück mit den Pfeilen. Oh. Ist niemand, hier ist niemand. Geh weg. Du stinkst. Nein, komm jetzt nicht durch. Scheiße. Ich bin entdeckt worden. Abhauen. Raus hier. Nein, ich renne raus. Lass mich in Ruhe. Ich will doch nur leben. Jetzt holen wir es halt raus aus dem ganzen Ding. Ich habe nur gute Waffe. Ich habe nur gute Waffe. Und wer verliert nämlich jetzt wieder? Oh, Ellie. Mein, ey. Mein Jot, ey. Erschreck mich nicht so. Okay, Erschrecken ist das ja nicht richtig, aber. Scheinbar haben sie sich wieder abgeregt. Oh. Das ist, äh. Oh, der kommt danach. Kommst du raus? Nein. Scheiße. Ich habe jetzt keinen Pfeil mehr. Oh, der hat Monate Völker gehabt. Das war gut. Jetzt brennt er erstmal was. Und wenn die hier vorbeikommen. Oh, da ist einer. Hihi. Ja, kommt drüber. Das finde ich super. Okay, Kamera ein bisschen drehen. Okay, geh genau in die richtige Richtung. Hoi, hab dich. Jawohl, jetzt bin ich wieder im heimlichen Modus. Oh, der hat mich besser verloren. Die Firma dankt. Ja, finde ich auch. Die Frage ist, wie viel sind das denn noch? Oh, da ist einer. Da habe ich sogar noch ohne Lauschmodus gesehen. Kommst du hierher? Ja, ich muss wohl gegen den Kopf werfen. Jawohl. Mal gegen den Kopf werfen. Äh, ich muss wohl gegen den Kopf werfen. Ei. Flasche. Gib mir die Flasche. Hilfe. Das läuft irgendwie ganz chaotisch hier. Wenn sie Flasche gegen den Kopf werfen oder Steine gegen den Kopf werfen, ist eine gute Taktik auf jeden Fall immer. Und ich muss zugeben, ich habe bisher noch kein einziges Leben verloren. Oh, hi. Harai. Oh. Nächster. Bam. Wo bist du? Oh, das ist der kaputte Stein. Scheiße. Ich brauche eine Flasche. Eine Flasche oder ein Stein. Warum liegt hier nichts? Liegt immer so viel rum, wenn man es nicht braucht. Und wenn man es braucht, ist es nicht da. Da hast du eine Flasche. Danke sehr. So, einmal anfertigen. Na, macht es einfach das Anfertigen nicht immer so gut. Flasche. Sind die oben oder unten? Oh, Stein. Wenn man es ganz clever macht, kann man sich sogar anpürschern, die. Und die dann schön mit dem Stein erschlagen. Ist das denn auch einer? Wo sind die? Komm rein. Das finde ich doof. Hier. Bam. Oh. Danke. Friss Flasche. Bam. Das ist eine richtig gute Taktik. Wo kommen jetzt noch die Leute her? Schauen wir mal so viele Leute. Ich weiß auch nicht, wo die herkommen. Oh, Stein. Nächste mit dem Steinangriff. Ich suche gleich hier drin, wenn die alle erledigt sind. Zumindest mal. Muss man ja dann zumindest. Es ist gut, dass es Ellie ab und zu mal warnt. Das ist echt vorteilhaft. Ja, ich hätte jetzt einfach da reingelaufen. Hätte nichts gesagt. Wo? Ich sehe dich nicht. Oh, da. Was? Du Idiot. Oh. Friss Steinmann. Nein. Ich bin in der Treppe gefangen. Nein. Das ist echt jetzt richtig doof gelaufen. Ja, dann sehen wir uns gleich wieder. Ich hoffe, ich habe das Ereignis bis neu geladen. Ich habe das Ereignis bis zum Jahr. Oh. Vielen Dank.